bildergeschichten max und moritz vorwort ach was muß man oft von bösen kindern hören oder lesen wie zum beispiel hier von diesen welche max und moritz hießen die anstatt durch weise lehren sich zum guten zu bekehren oftmals noch darüber lachten und sich heimlich lustig machten ja zur übeltätigkeit ja dazu ist man bereit menschen necken tiere quälen äpfel birnen zwetschgen stehlen das ist freilich angenehmer und dazu auch viel bequemer als in kirche oder schule festzusitzen auf dem stuhle aber wehe 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 wenn ich auf das ende sehe ach das war ein schlimmes ding wie es max und moritz ging drum ist hier was sie getrieben abgemalt und aufgeschrieben erster streich mancher gibt sich viele mühe mit dem lieben federvieh eines teils der eier wegen welche diese vögel legen zweitens weil man dann und wann einen braten essen kann drittens aber nimmt man auch ihre federn zum gebrauch in die kissen und die pfühle denn man liegt nicht gerne kühle seht da ist die witwe bolte die das auch nicht gerne wollte ihrer hühner waren drei und ein stolzer hahn dabei max und moritz dachten nun was ist hier jetzt wohl zu tun ganz geschwinde eins zwei drei schneiden sie sich brot in zwei in vier teile jedes stück wie ein kleiner finger dick diese binden sie an fäden übers kreuz ein stück an jeden und verlegen sie genau in den hof der guten frau kaum hat dies der hahn gesehen fängt er auch schon an zu krähen kikiriki kikiriki tak 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 da kommen sie hahn und hühner schlucken munter jedes ein stück brot hinunter aber als sie sich besinnen konnte keines recht von hinnen in die kreuz und in die quer reißen sie sich hin und her flattern auf und in die höh ach herrje herr jemine ach sie bleiben an dem langen dürren aß des baumes hangen und ihr hals wird lang und länger ihr gesang wird bang und bänger jedes legt noch schnell ein ei und dann kommt der tod herbei witwe bolte in der kammer hört im bette diesen jammer ahnungsvoll tritt sie heraus ach was war das für ein graus fließet aus dem aug ihr tränen all mein hoffen all mein sehnen meines lebens schönster traum hängt in diesem apfelbaum tief betrübt und sorgen schwer kriegt sie jetzt das messer her nimmt die toten von den strengen daß sie so nicht länger hängen und mit stummem trauerblick kehrt sie in ihr haus zurück dieses war der erste streich doch der zweite folgt sogleich zweiter streich als die gute witwe bolte sich von ihrem schmerz erholte dachte sie so hin und her daß es wohl das beste wär die verstorbenen die hinieden schon so frühe abgeschieden ganz im stillen und in ehren gut gebraten zu verzehren freilich war die trauer groß als sie nun so nackt und bloß abgerupft am herde lagen sie die einst in schönen tagen bald im hofe bald im garten lebensfroh im sande scharrten ach frau bolte weint aufs neu und der spitz steht auch dabei max und moritz rochen dieses schnell aufs dach gekrochen hieß es durch den schornstein mit vergnügen sehen sie die hühner liegen die schon ohne kopf und gurgeln lieblich in der pfanne schmurgeln eben geht mit einem teller witwe bolte in den keller daß sie von dem sauerkohle eine portion sich hole wofür sie besonders schwärmt wenn er wieder aufgewärmt unterdessen auf dem dache ist man tätig bei der sache max hat schon mit vorbedacht eine angel mitgebracht schnuppdiwupp da wird nach oben schon ein huhn heraufgehoben schnuppdiwupp jetzt numero zwei schnuppdiwupp jetzt numero drei und jetzt kommt noch numero vier schnuppdiwupp dich haben wir zwar der spitz sah es genau und er bellt ravau ravau aber schon sind sie ganz munter fort und von dem dach herunter na das wird spektakel geben denn frau bolte kommt soeben angewurzelt stand sie da als sie nach der pfanne sah alle hühner waren fort spitz das war ihr erstes wort o du spitz du ungetüm aber wart ich komme ihm mit dem löffel groß und schwer geht es über spitzen her laut ertönt sein wegeschrei denn er fühlt sich schuldenfrei max und moritz im verstecke schnarchen aber an der hecke und vom ganzen hühnerschmaus guckt nur noch ein bein heraus dieses war der zweite streich doch der dritte folgt zugleich dritter streich jeder mann im dorfe kannte einen der sich böck benannte alltagsröcke sonntagsröcke lange hosen spitze frecke westen mit bequemen taschen warme mäntel und gamaschen alle diese kleidungssachen wußte schneider böck zu machen oder wäre was zu flicken abzuschneiden anzustücken oder gar ein knopf der hose abgerissen oder lose wie und wo und wann es sei hinten vorne einerlei alles macht der meister böck denn das ist sein lebenszweck drumso hat in der gemeinde jedermann ihn gern zum freunde aber max und moritz dachten wie sie ihn verdrießlich machten nämlich vor des meisters hause floß ein wasser mit gebrause übers wasser führt ein steg und darüber geht der weg max und moritz gar nicht träge sägen heimlich mit der säge ritze ratze voller tücke in die brücke eine lücke als nun diese tat vorbei hört man plötzlich ein geschrei he heraus du ziegenböck schneider schneider meck 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 alles konnte böck ertragen ohne nur ein wort zu sagen aber wenn er dies erfuhr ging's ihm wieder die natur schnelle springt er mit der elle über seines hauses schwelle denn schon wieder ihm zum schreck tönt ein lautes meck 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 und schon ist er auf der brücke krax die brücke bricht in stücke wieder tönt es meck 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 plumps da ist der schneider weg grad als dieses vorgekommen kommt ein gänsepaar geschwommen welches böck in todeshast krampfhaft bei den beinen faßt beide gänse in der hand flattert er auf trockenes land übrigens bei alledem ist so etwas nicht bequem wie denn böck von der geschichte auch das magen drücken kriegte hoch ist hier frau böck zu preisen denn ein heißes bügeleisen auf den kalten leib gebracht hat es wieder gut gemacht bald im dorf hinauf hinunter hieß es böck ist wieder munter dieses war der dritte streich doch der vierte folgt zugleich vierter streich also lautet ein beschluß daß der mensch was lernen muß nicht allein das a b c bringt den menschen in die höh nicht allein im schreiben lesen übt sich ein vernünftig wesen nicht allein in rechnungssachen soll der mensch sich müh machen sondern auch der weisheit lehren muß man mit vergnügen hören daß dies mit verstand geschah war herr lehrer lempel da max und moritz diese beiden mochten ihn darum nicht leiden denn wer böse streiche macht gibt nicht auf den lehrer acht nun war dieser brave lehrer von dem tobak ein verehrer was man ohne alle frage nach des tages müh und plage einem guten alten mann auch von herzen gönnen kann max und moritz unverdrossen sinnen aber schon auf possen ob vermittelt seiner pfeifen dieser mann nicht anzugreifen einstens als es sonntag wieder und herr lempel brav und bieder in der kirche mit gefühle saß vor seinem orgel spiele schlichen sich die bösen buben in sein haus und seine stuben wo die meerschaumpfeife stand max hielt sie in seiner hand aber moritz aus der tasche zieht die flintenpulverflasche und geschwinde stopf 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 pulver in den pfeifenkopf jetzt nur still und schnell nach haus denn schon ist die kirche aus eben schließt in sanfter ruh lempel seine kirche zu und mit buch und notenheften nach besorgten amtsgeschäften lenkt er freudig seine schritte zu der heimatlichen hütte und voll dankbarkeit so dann zündet er sein pfeifchen an ach spricht er die größte freud ist doch die zufriedenheit rums da geht die pfeife los mit getöse schrecklich groß kaffeetopf und wasserglas tabaksdose tintenfaß ofen tisch und sorgensitz alles fliegt im pulverblitz als der dampf sich nun erhob sieht man lempel der gottlob lebend auf dem rücken liegt doch er hat was abgekriegt nase hand gesicht und ohren sind so schwarz als wie die mohren und des haares letzter schopf ist verbrannt bis auf den kopf wer soll nun die kinder lehren und die wissenschaft vermehren wer soll nun für lempel leiten seine amtestätigkeiten woraus soll der lehrer rauchen wenn die pfeife nicht zu brauchen mit der zeit wird alles heil nur die pfeife hat ihr teil dieses war der vierte streich doch der fünfte folgt zugleich fünfter streich wer im dorfe oder stadt einen onkel wohnen hat der sei höflich und bescheiden denn das mag der onkel leiden morgens sagt man guten morgen haben sie was zu besorgen bringt ihm was er haben muß zeitung pfeife fiddibus oder sollt es wo im rücken drücken beißen oder zwicken gleich ist man mit freudigkeit dienst beflissen und bereit oder sei es nach einer prise daß der onkel heftig niese ruft man prosit also gleich danke wohl bekomme es euch oder kommt er spät nach haus zieht man ihm die stiefel aus holt pantoffel schlafrock mütze daß er nicht im kalten sitze kurz man ist darauf bedacht was dem onkel freude macht max und moritz ihrerseits fanden darin keinen reiz denkt euch nur welch schlechten witz machten sie mit onkel fritz jeder weiß was so ein maikäfer für ein vogel sei in den bäumen hin und her fliegt und kriecht und krabbelt er max und moritz immer munter schütteln sie vom baum herunter in die tüte von papiere sperren sie die krabbeltiere fort damit und in die ecke unter onkel fritzens decke bald zu bett geht onkel fritze in der spitzen zippelmütze seine augen macht er zu hüllt sich ein und schläft in ruh doch die käfer kritze kratze kommen schnell aus der matratze schon fast einer der voran onkel fritzens nase an bau schreit er was ist das hier und erfasst das ungetier und den onkel voller grausen sieht man aus dem bette sausen schon wieder hat er einen im genicke an den beinen hin und her und rundherum kriecht es fliegt es mit gebrumm onkel fritz in dieser not haut und trampelt alles tot guckste wohl jetzt ist's vorbei mit der käferkrabbelei onkel fritz hat wieder ruh und macht seine augen zu dieses war der fünfte streich doch der sechste folgt zugleich sechster streich in der schönen osterzeit wenn die frommen bäckersleut viele süße zuckersachen backen und zurechte machen wünschten max und moritz auch sich so etwas zum gebrauch doch der bäcker mit bedacht hat das backhaus zugemacht also will hier einer stehlen muß er durch den schlot sich quälen ratsch da kommen die zwei knaben durch den schornstein schwarz wie raben sie fallen in die kist wo das mehl darinnen ist da nun sind sie alle beide rundherum so weiß wie kreide aber schon mit viel vergnügen sehen sie die brezeln liegen knacks da bricht der stuhl in zwei schwapp da liegen sie im brei ganz von kuchenteig umhüllt stehen sie da als jammerbild gleich erscheint der meister bäcker und bemerkt die zuckerlecker eins zwei drei ehmanns gedacht sind zwei brote draus gemacht in dem ofen glüht es noch ruff damit ins ofenloch ruff man zieht sie aus der glut denn nun sind sie braun und gut jeder denkt die sind perdu aber nein noch leben sie knusper knasper wie zwei mäuse fressen sie durch das gehäuse und der meister bäcker schrie ach herrje da laufen sie dieses war der sechste streich doch der letzte folgt zugleich letzter streich max und moritz wehe euch jetzt kommt euer letzter streich wozu müssen auch die beiden löcher in die säcke schneiden seht da trägt der bauer mecke einen seiner malter säcke aber kaum daß er von hinnen fängt das korn schon an zu rinnen und verwundert steht und spricht er zappament dat ding werd lichter hei da sieht er voller freude max und moritz im getreide raps in seinen großen sack schaufelt er das lumpenpack max und moritz wird es schwüle denn nun geht es nach der mühle meister müller hei heran mal er das so schnell er kann her damit und in den trichter schüttelt er die bösewichter ricke racke ricke racke geht die mühle mit geknacke hier kann man sie noch erblicken fein geschrotet und in stücken doch sogleich verzehret sie meister müllers federvieh schluß als man dies im dorf erfuhr war von trauer keine spur witwe bolte mild und weich sprach seh da ich dacht es gleich ja 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 rief meister böck bosheit ist kein lebenszweck drauf so sprach herr lehrer lempel dies ist wieder ein exempel freilich meint der zuckerbäcker warum ist der mensch so lecker selbst der gute onkel fritze sprach das kommt von dummer witze doch der brave bauersmann dachte was meck da dann kurz im ganzen ort herum ging ein freudiges gebrumm gott sei dank nun ist's vorbei mit der übeltäterei ende von max und moritz